hey leute und willkommen zu einem neuen unboxing auf diesem kanal ja und da würde ich sagen legen wir doch mal los heute wird das sszenen geunboxt und dann machen wir doch doch mal ist und die unboxing experience bei diesem handy ist sehr enorm und ich finde ja das geht ich finde den rücken sehr schön und dann haben wir hier einfach mal ein entladet kabel von samsung hier ein 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 transformator dings der wums sehr schön ja was samsung sich dafür gibt und dann haben wir hier das ist das ladekabel da warte ich krieg die scheiße nicht raus warte mal da das ist das finde ich toll hier ist ein ladekabel das für mich relativ kurz ist das ist ein schwanz länger und ohne scheißkarte deswegen habe ich mir das handy eigentlich nur gekauft hier sind einfach weiße akg kopfhörer drin leute seht ihr das war dann habe ich versucht heraus zu bekommen irgendwie ohne es kaputt zu machen ja 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 ich habe acceso 8 ja 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 da ja 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 Ja, das ist mein Lieblingshaus.